Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Ich bin gespannt, wo dieses Gespräch heute hinführt, aber ich darf mal ganz viel verraten. Sie nennt sich selbst, sie bezeichnet sich selbst als Trüffelschwein. Bei mir ist heute Sibylle Genslen. Erstmal schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Warum sind Sie ein Trüffelschwein? Ich bin ein Trüffelschwein, weil ich als Kostümbildnerin, wenn ich ein Stück ausstatten muss, natürlich immer auf der Suche bin nach den richtigen Kostümen. Und dazu gehört viel Recherchearbeit. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt tolle Ideen zu haben und tolle Entwürfe zu machen, sondern man muss ja auch die entsprechenden Kleidungsstücke finden. Und da bin ich dann immer auf der Suche und habe dann meistens Glück und finde genau die Dinge, die ich dann brauche. Und wie geht man dann vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Wo holen Sie Ihre ganzen Kostüme und Gimmicks dazu? Also zum Beispiel habe ich Kostüme gemacht für das Schauspiel Das Boot. Dann habe ich erstmal geschaut, was haben die Menschen getragen. Ich habe Lederhosen gesucht, die eben in den U-Booten vor der Hitze geschützt haben. Und dann habe ich glücklicherweise bei einem Militärversand Original-U-Boot-Hosen entdeckt und die dann eben auf der Bühne eingesetzt. Und das macht dann Spaß, schätze ich, oder? Das macht total Spaß. Ja, das ist dann immer ein Erfolgserlebnis, wenn ich dann eben auch Original-Sache, Original-Kleidungsstücke entdecke. Haben Sie einen Fundus, richtig? Ich habe einen eigenen Fundus, auf den ich immer zurückgreifen kann. Und wie viele Sachen sind da drin? Haben Sie einen Überblick? Tausende. Da sind tausende Kleidungsstücke drin. Gedanklich können wir wenigstens da vielleicht gleich mal rein und so ein bisschen durchstreifen und schauen, was da so für Besonderheiten drin sind. Gibt es so ein Lieblingsstück, auf das Sie ganz besonders stolz sind, wenn wir jetzt dort wären? Was würden Sie mir zeigen? Ich habe eine Original-Jacke von der britischen Palastwache. Das finde ich ein sehr spannendes Teil. Wo kommt denn das her? Das habe ich tatsächlich auch bei diesem Militärversand gekauft. Und kam auch schon zum Einsatz bei irgendeinem Stück? Als Muster kam es schon zum Einsatz. Also oft ist es so, dass man Dinge findet, die man dann nicht original nehmen kann. Aber man hat dann natürlich eine wunderbare Vorlage, um Kostüme nachzuproduzieren. Also zum Beispiel habe ich Kostüme gemacht für Maria de Buenos Aires hier am Theater. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen zu einer Frau, die in Belgien lebt und Original-Tango-Kleidung importiert. Und dann war ich in Belgien und habe mir bei ihr Röcke und Oberteile gekauft und habe diese dann als Vorlage in der Schneiderei präsentiert. Und dann hatte man natürlich schon die Schnitte und vor allem auch die Materialien. Also die Röcke, die müssen ja auch besonders fließend sein. Und dann konnten wir einfach die optimalen Materialien raussuchen und dann entsprechend für die Tänzerinnen herstellen lassen. Und Filmkommission Ulm steht bei mir noch auf dem Zettel. Nehmen Sie uns mal mit. Was ist das genau? Was beinhaltet das alles? Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg in Stuttgart, bei der man ja Filmförderungen beantragen kann, unterhält in Baden-Württemberg acht Filmcommissions. Das heißt, es gibt lokale Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Und wenn jetzt eine Filmproduktion von außen, also national und international kommt, dann bekomme ich einen Anruf vom Produktionsleiter und der sagt mir dann, ja, wir möchten gern im Sommer 2024 in Ulm drehen und wir brauchen ein Restaurant mit Münsterblick und wir möchten gern in der Altstadt drehen und wir brauchen dann noch Man- und Woman-Power. Und dann berate und betreue ich diese Filmproduktion. Und das Ganze dient eben zur Unterstützung des Filmstandortes Baden-Württemberg. Jetzt müssen wir ja eigentlich noch mal kurz das Zeitrad zurückdrehen. Sie kommen aus Neu-Ulm. Wo sind Sie geboren und aufgewachsen? Ich bin in Neu-Ulm tatsächlich geboren und aufgewachsen. Wow, das ist ja einer der wenigen. Okay. Und waren auch nie weg? Doch, doch. Ich war fast 20 Jahre weg. Wo denn? Ich bin nach dem Abitur weg. Dann war ich erst in Tübingen, da habe ich ein Studium Generale gemacht. Dann bin ich auf die Modeschule nach Sigmaringen anschließend. Dann ans Staatstheater Kassel als feste Assistentin. Bin dann nach zwei Spielzeiten weg und zog dann nach Stuttgart und habe dann von dort aus begonnen, als freie Assistentin zu arbeiten. Unter anderem am Opernhaus in Zürich, am Piccolo-Theater in Mailand. Und also von der Kostümassistentin zur Kostümbildnerin ist es ein fließender Übergang. Man assistiert dann immer weniger und macht immer mehr eigene Produktionen. Und welche Station, würden Sie jetzt rückblickend sagen, war vielleicht die prägendste? Also als ich in Stuttgart gewohnt habe, habe ich an der Filmakademie in Ludwigsburg als externe Kostümbildnerin gearbeitet. Und habe in der Zeit, das war ungefähr ein Jahr, habe ich ganz viele Produktionen eben als Kostümbildnerin ausgestattet. Werbung und Spielfilm, natürlich ganz viele Kurzfilme. Und da habe ich so ein richtiges Rüstzeug bekommen. Ich habe dann eben die Abläufe kennengelernt. Habe auch natürlich Kontakte geknüpft, auf die ich jetzt auch immer wieder zurückgreifen kann. Und habe auch Kostüme gemacht für einen Diplom-Film, der heißt Rochade. Der wurde dann auch in Los Angeles mit dem Studenten-Oscar ausgezeichnet. Und ich bin mein eigener Groupie. Also ich... Was ist denn das? Das ist so ähnlich wie das Trüffelschwein. Das müssen Sie mir aber erklären. Was ist der eigene Groupie? Ja, also das heißt, wenn ich Kostüme gemacht habe für einen Film oder eine Performance oder eine Videoinstallation und die Sachen werden dann gezeigt, sei es in Sao Paulo oder eben in Los Angeles, dann reise ich da hin und gucke mir meine Filme an. Kann ich aber absolut verstehen. Das haben Sie vorhin gesagt. Finde ich total nett. Ich bin mein eigener Groupie. Gibt sich ja wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen. Wir waren vorhin schon in Ihrem Kostümfundus gedanklich unterwegs. Gibt es noch Kostüme oder Recherchen, die für Sie ja auch persönlich vielleicht beeindruckend oder prägend waren? Ich habe in Stuttgart mit einem Fotografen zusammengearbeitet. Der heißt Volker Schrank und der hat als Jugendlicher die Sammelbilder gesammelt von den Fußballstars und hat natürlich dieses Sammelheft nie vollbekommen. Und dann hat er sich als erwachsener Mann überlegt, er würde gerne versuchen, die Fußballer von damals, von der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, gerne nochmal fotografieren. Also genau in der Ästhetik eben von diesen Sammelbildern. Und dann hat er mit Hilfe natürlich eines Kurators versucht, Kontakt aufzunehmen zu den Fußballern. Und das hat dann eigentlich auch relativ schnell funktioniert. Also die waren dann auch bereit, sich nochmal ablichten zu lassen. Und dann war meine Aufgabe eben, die Trikots nacharbeiten zu lassen. Und dann wollte ich natürlich genau das Material von den Trikots. Und dann hatte ich zufällig, also wenn ich irgendwie unterwegs bin und ein spannendes Kleidungsstück entdecke, dann kaufe ich das einfach, ohne zu wissen, was dann später damit passiert. Und ich hatte mal ein grünes Fußballtrikot gekauft und das war genau aus den 70ern. Und da stand drin ERIMA. Und ERIMA ist im Raum Reutlingen eine Firma, die eben Sportkleidung herstellt. Und dann habe ich dort angerufen und habe eben geschildert, um was es geht und was ich brauche. Und dann habe ich sogar mit dem Geschäftsführer telefoniert und der hat dann gesagt, ja, es täte ihm leid. Nee, er hat jetzt kein Archiv und er kann mir da jetzt nicht weiterhelfen. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Und habe dann nochmal angerufen. Und dann war eine Frau von der Zentrale dran, die hieß dann auch noch Gänslen. Und dann hat sie gesagt, ja, wartet Sie, ich verbinde Sie in die Musternäherei. Und dann war ich bei der Frau von der Musternäherei gelandet. Und dann hat sie gesagt, ach so, so einen Stoff brauchen Sie. Kommen Sie vorbei, wir lösen gerade unsere Musternäherei auf. Wir haben genau das Material da. Und dann bin ich da hingefahren und habe dann ballenweise dieses Material mitgenommen. Und dann hat eine Freundin von mir, die immer die Spezialaufträge bekommt aus Stuttgart, die hat dann diese Trikots genäht, hat dann die Embleme nachsticken lassen. Und ich habe dann in einem Kaufhaus tatsächlich hellblaue Trainingsjacken entdeckt. Dann habe ich vier von diesen Jacken gekauft, die genauso aussehen wie das Original. Also sie hat dann den Reißverschluss rausgetrennt und hat dann Drucknöpfe eingesetzt und hat dann auch die Streifen entsprechend verändert und den Kragen. Ja, und dann war ich natürlich bei manchen Fotoshootings auch dabei, unter anderem bei dem mit Franz Beckenbauer und habe mir dann damals schon gedacht, das ist wahrscheinlich der berühmteste Mensch, dem ich je die Hand geschüttelt habe. Jetzt verstehe ich, warum Sie sagen, ich bin ein Trüffelschwein. Wenn Sie so zurückblicken, ab wann war denn Mode für Sie persönlich, ganz privat, für die Sibylle selbst ein wichtiges Thema? Woher kommt das eigentlich bei Ihnen? Meine Eltern, die hatten früher ein Theaterabo. Und wenn die nicht hingehen konnten, weil sie woanders eingeladen waren, dann sind meine Schwester und ich ins Theater gegangen. Also meine Eltern haben uns dann beim Theater abgesetzt und wir haben uns dann die Stücke angeschaut und sind dann entweder mit dem Taxi heimgefahren oder die Frau von der Kasse hat uns heimgebracht. Also das heißt, ich bin schon von Anfang an mit Theater und mit Schauspiel und Oper und Musical aufgewachsen. Ich denke, das kommt daher. Wir haben uns natürlich als Kinder auch wahnsinnig gern verkleidet. Wir haben die Abendkleider meiner Mutter runtergeranzt beim Prinzessinnen-Spiel im Garten. Und ja, deshalb habe ich mich da schon immer hingezogen gefühlt. Wenn Sie jetzt heute den Nachwuchs ansprechen, brechen Sie doch mal eine Lanze für Ihren tollen Beruf. Weil ich denke, auch da braucht man Leute, die diesen Weg gehen. Hat ja auch nicht jeder Jugendliche sofort auf dem Schirm, glaube ich, dass man da eine schöne Karriere machen kann und im Sinne auch von einem erfüllten Beruf einfach erleben darf. Was sind so die Vorzüge und warum würden Sie sagen, lohnt sich dieser Schritt? Ich finde es total wichtig, dass man auch beruflich das macht, wofür man wirklich brennt. Das ist dann erfüllend und dann kann man einfach auch wahnsinnig viel leisten. Also ich meine, Künstler und Künstlerinnen, die stecken natürlich immer ganz viel Zeit in ihre Projekte. Und bei mir ist es eben so, dass das Private und das Berufliche absolut fließend ist. Also da gibt es fast keinen Unterschied. Also ich trenne das gar nicht. Und ich würde halt sagen, man muss mutig sein und wirklich das machen, wofür man brennt. Schöner kann man ein Interview nicht beenden als mit diesen Worten. Wunderbar. Ich brauche Sie nicht erfragen. Ich brauche Sie gar nicht fragen, ob Sie das auch erfüllt, was Sie tun. Ich glaube, das hat man mitbekommen, dass es das tut. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Spaß und ich glaube, ich muss mal bei Ihnen vorbeikommen und in Ihren Kostümfundos so ein bisschen flanieren und mir das alles zeigen lassen. Sibylle Genslin war heute bei mir. Vielen Dank für diese wunderbaren Geschichten. Vielen Dank. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Donau 3 FM 3 hållisch One 4 FM 4 FM 5 FM Untertitelung des ZDF, 2020